Seidenstraßengipfel in Peking. An dem internationalen Treffen nehmen Staats- und Regierungschefs aus mehr als 100 Ländern teil. U.a. Russlands Präsident Putin und Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Thema ist Chinas umstrittene Initiative zum Ausbau eines neuen globalen Handelsnetzes, der sog. Neuen Seidenstraße. FDP-Bundesparteitag in Berlin. Das Motto lautet, ein Land wächst mit seinen Menschen. Dabei stellt sich Parteichef Lindner zur Wiederwahl. Die Bundestagsabgeordnete Teuteberg soll Nachfolgerin von Generalsekretärin Bär werden. Diese tritt als Spitzenkandidatin der Liberalen bei der Europawahl an. Reaktion auf Gelbwesten-Proteste. Frankreichs Präsident Macron hat bei einer Fernsehansprache Steuersenkungen angekündigt. U.a. sollen Menschen mit niedrigen Renten entlastet werden. Zudem plant er, eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer zu prüfen. Grundsätzlich will er aber an seiner Reformpolitik festhalten. Wahlkampfabschluss in Spanien. Am Sonntag wird dort ein neues Parlament gewählt. Umfragen sagen ein Patt zwischen den politischen Lagern voraus. Dies könnte die Regierungsbildung kompliziert machen. Beobachter rechnen mit einem Einzug der ultrarechten Partei Vox ins Parlament. Mosambik in Angst vor neuer Wetterkatastrophe. Der Zyklon Kenneth zieht über das afrikanische Land hinweg, das erst vor gut einem Monat von einem Wirbelsturm verwüstet worden war. Auf den Kumoren richtete Kenneth bereits schwere Schäden an. Mindestens drei Menschen wurden getötet. Das Wetter heute im Osten, zunächst vielfach Sonnenschein, später örtlich Gewitter, sonst ist es oft stark bewölkt. Gebietsweise regnet es. Im Westen lockert es im Tagesverlauf auf. Höchstwerte 6 bis 28 Grad. Was die Mensch? Wie wäre es sonst? Losne dich hinnehmen und vielmehr ein Pietschdeond vor je bist schön bis zum Sonnenschein. Was ist deine Kriste neugierig? Es ist Hoodie bis zum Herz dauit an. Wenn es dies算 ist,